Kopf gesehen. Losgeklickt. Should have played that better. Ja, it's your positioning. Das wird ja so ein Standard-Satz, ne? Jedes Mal mit einer von euch zweimal schuhen und das wird nicht so viel verlaufen. Das ist euer Positioning, ihr müsst das Intelligenter spielen, ne? Das ist euer Positioning. Ja, Steff, dein Positioning. Guck mal, dein Positioning, was soll das? Kannst du mal aufhören, ganz rechts am Bildschirm zu sein? Ich muss jetzt aber mal dazu sagen, ich kann mich noch an das erste Mal mit dir spielen erinnern. Was machst du an dem Fenster da oben? Ich will da rein. Wieso? Ja, darum. Bumm, tot. Na, hab ich's dir nicht gesagt? Was? Was? Ganz am Anfang war der Art, der hat wirklich gespielt für mich. Wieso, ich weiß nicht, wie präsent konnte es der, wo ist der, wo rein geht? Und ich hab mich so gefragt, was machst du da? Ich will da rein. Ja, aber warum? Ja, weil ich da rein, blöd. Ja, warum? Und in dem Moment, wo er mich so ablenkt, weißt du, klickt mich einer weg und er siehst, da hab ich's dir gesagt so. Ey, Alter, weißt du? Nur fürs Protokoll. Du bist am anderen Ende der Map, drei Stockwerke rüber rein. Ja, weil es dort sicher ist, weil dort eigentlich niemand hätte stehen dürfen. Ja, offensichtlich. Aber weil du mich so lange abgelenkt hast, hat er das mitgekriegt und ist hochgegangen. Klar. Wieso kommt mir das alles so bekannt vor? Bist du schon wieder Twitch? Du läufst jetzt vor mir. Hau ab! Ich bin mit seinen Schatz. Ey, ich bin von dir. Das ist nicht dein Scheißernst, nimm die Drohne weg. Nein, ich werd dich nicht mehr Twitch-drohnen. Ich hab' versprochen, aber du bist von mir nicht mehr Twitch-drohnen. Gott! Lass doch mal stehen! Jetzt geht's weiter. Ey! Jetzt Twitch-drohnt er mich. Das zweite Mal schon wohlgemerkt. Die sind mit vier Mann on-spot, nur just saying. Okay, dann breaching mal die Decke auf. Und er kriegt's halt voll ziemlich weg. Lesion ist stark angeritten. Stehen beide hinten bei den Matten an dem Stand. Ich schwör' dir an mir. Twitch. Farmas. Silenced. Ist echt gut silenced. MAUI, wo du wegen nichts förderlichen Verhaltens gesperrt hast. Den hab ich mal gespielt. Okay. MAUI, NOOaaaa. Oh, ich find das so schön. Ja, gut. Jetzt hast du halt die Sophisticated-Beleidigung wie. Is dein Positioning...? Ja, definitiv. Das habe ich aber in der Killcam auch gesehen. Das ist so, ich habe meinen Kopf so richtig rübergelegt, so, hallo, würdest du? Danke. Aber wenigstens wurde ich nicht getwitchtronen. Tja, ich bin schon nicht dran. Jetzt werde ich auch noch gewalkt. Alter, ist nicht dein Ernst. Jetzt werde ich auch getwitchtronen. Es ist nur falsch mit dem Junge, ey. Soll ich sie wegmachen? Soll ich sie wegmachen? Soll ich seine Dings wegmachen? Als Strafe? Das ist euer Team Gadget, ne? Boah, du bist so ein... Früher hat man ja nie gesagt. Ich bin nicht nachtragend. Nein, überhaupt nicht. Das ist dein Problem. Zack, Gadget. Ich stehe total. Das ist wie... Das ist wie... Kennt ihr dieses Fürs, wenn er das Killt gespielt hat? Weil er gesagt hat, stehen! Und alle mussten stehen. Ja. Ja. Die sind ohne Witz nur, die hängen da zu viert... Da oben. Zu fünft! Soll ich die boosten und du dann raus? Eigentlich will ich meinen Mark setzen. Ja, ich weiß noch nicht, wie der einfach reingeht. Die sind einfach neben euch reingegangen. Monty ist drin, ne? Monty ist tot. Ist kein der tot? Steff, ich hoffe, du bist das nächste Opfer. Ich könnte ihn mal heilen. Ich kriege erstmal um die Ecke. Sicher ist sicher. So, jetzt kriege ich zurück. Und mein Team-Mate denkt bestimmt, ich bin bescheuert. Ich bin in Höhen der Kamera, um zu sehen, wie Steff stirbt. Ich gucke ihm jetzt dabei noch zu. Du steff, ist clear draußen. Geh raus. Ja, ja. Yes! Irgendwo ist hier nicht rum drin. Genau, Spook! Mit der Shotgun! Weiter! Ja, Mann! Du hast's drauf! Auf wieviel Meter? Ja! 40? 30, 40 Meter? Zava, du bist so gut. Wenn du jetzt auf den links in der Tür erschießt. In der Tür war der. Hinter dem Desk, ja. Ja, genau. Und du hardwidesmoke. 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 Wer bist du und was hast du mit Zava gemacht? Guck mal, Zava, ne? Da macht man einmal Positioning. Und schon läuft. Das kommt Mainstairs. Ja, geht alle hoch. Wenn du jetzt deinen Smokesrip... Ist der taub? Hier ist immer noch ne Drohne. What the fuck? Wobei gar nicht so blöd wie er spielt. Ja, genau deswegen. Eigentlich gar nicht so dumm. Ich glaube, er hat zu viel gewollt. Willst'n Tippshaber? Geh weg. Da steh ich doof. Hardrechts von der Tür. Outside Hardwide. Das ist von der Tür im Packzau. Schmeiß doch einfach dein Wind. Nimmst du die Shotgun weg. Du hast da fucking SMG, Junge. Sie ist nur Deko. Hast du gesehen, was er mit der Shotgun gemacht hat? Hast du gesehen, was er mit der Shotgun gemacht hat? Der stand ganz oben, an der obersten Tür und hat jemanden, der da unten im Trend stand, beschossen mit der Shotgun. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Shotgun Main. Okay, was machst du Twitch? Rent ihm rein? Davon? Ne. 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 Nicht mal das. Ich weiß nicht, was sie da getan hat. Naja, sie hat's französisch gemacht. Sie rennt weg. Da musst du extrem lachen, ne? Französischen Operator bis jetzt fahren mit Twitch, die ihre Drohne vorsteckt. Selbst du gehen, Montaigne ein ganzes Schild vor sein Gesicht packt. Kommt das so eine Shotgun Map? Ich hoffe, der nächste deutsche Operator macht was mit Gas. Ich muss den Typen Form noch anrufen. Ich will den Biohazard Container. Hallo. Hallo. Kinderzimmer. Nicht Kinderzimmer, Schlafzimmer. Du bist... Nein! Komm weg! Nein! 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 Wieso machst du das? Wieso tust du mir das an? Sag mal, du musst lernen, ohne Drohnen zu spielen. Du musst deinen Positionen... Du musst gleich lernen, ohne Fuß zu spielen. WTF? Schlafzimmer, oder was? Jep. Alter, ich wacke wie... Ein Wacker. Ja... Kam die Frau. Wo ist die Scheiße vorne? Wo ist die? Schon drin! Wie ist rein? Rush B. Leut! Jesus Christ! Is you for real? Weißt du, was ich ziemlich witzig finde? Ich hatte von Klessis bekommen. Nicht dein Ernst! Doch, das kann man ziehen. Ey! Schatz, schau mal, dass die Kettin killt wurde heute. Tut sie jetzt immer noch. Ja, was heißt... Nein! Hör mal, das... Also... Ich bin so tot. Das war nicht mit Abse... Ja, sag's mal! Aber wieso? Weißer Knopf. Bitte! Was machst du? Na, ich geb dir ein bisschen nicht. Ne Kerze aufs Grab, weißt du? Du musst eigentlich alle bezahlen denn so? Kerze aufs Grab. Ich mag dir gleich ne Kerze aufs Grab. Ich weiß nicht, wo der Typ war. Ich dachte, das ist die neue Meta. Wie stehst du bei euch? 2-0. Scheiße! 3-0. Let's go! 3-0. Let's go! Wir rufen alle gebannt auf Sava. Ich meine, wir wollen jetzt keinen Druck aufbauen, Sava. Aber es ist alles... Es geht alles mit deinem Positioning. Weißt du, was witzig ist? Wenn du jetzt kein Licht auf mich gemacht hättest, können wir uns jetzt mal in den Raum fetschern. Die Ash drohnt jetzt für dich. Komm! Ich geh jetzt mal in die Ash Drohne. Hier, keine Ahnung was ich tun. Rechts von dir. Wo ist denn rechts? Links auf. Guck mal. Du twitscht trunst mich die ganze Zeit. Ich hab dich nicht getwitscht trunst. Du hast meine Drohne entfernt. Und dann hast du Stefft. Guck doch den Schottenkamen auf Ash. Du bist mir in den Schuss gerannt. Ich hab'n fucking, ist das Verlinkel. Nicht du. Ich schicke immer noch nicht wie das geht. Go, go. Go, go, Power Ranger. Ash. Okay. Jetzt ist ein Ash Man in Action. Pass auf. Jetzt ist er auf 100%. Er visiert an. Er visiert. Er nimmt das Ziel. Und er schießt und killt. Can you? Nooo. Er hat die Elfamil. Alan 2-1 Sava schuld. Das ist gar nicht wahr. Hör auf. Das ist so kurz schulde wenn du spielst. Ich hätte das schlauer spielen. Werde Gerüse beim Spielen. Ich hätte das... Du hättest das schlauer spielen müssen, das war... Du hättest... Du hättest das gestern alter Leben müssen, äh. Jonas. Der Jesters ist so klackig zu beim Spielen. Der Jan, der war noch irgendwie im Voice-Chat und ich auch und ich dachte mir, ach, wenn keiner da ist, wenn alle kurz essen, dann mach ich schnell mein Frühstück fertig und ich esse immer Nüsse im Frühstück und geh so schön in die Küche, hol den Holzhaumer raus, schlag die Nüsse kaputt und auf einmal hör ich nur so dieses Geräusch, wenn einer aus dem Voice geht. Ich so, war gerade einer im Voice? Ja, ich, aber mein Headset ist kaputt. Ich so, hä? Nee, nee, ich hab Nüsse geschlagen. Achso. Ja, mein Headset lag auf dem Schreibtisch und es knattert die ganze Zeit so komisch. Was ist denn los jetzt später schon wieder? Ich hab doch erst hier ein neues Update. Alles gut, ich hab die neue Strategie. Du wirst uns alle töten? Nein, ich werde dich jetzt alle die ganze Zeit durchheilen. Ich hab Angst. Das ist so, musst du erst mal treffen. Ja, stimmt. Pass mal auf, sag doch, wie ich treffe. Zweimal hat er von uns von daneben geschossen, ne? Vor allen Dingen, er sagt ja nicht, dass er dich heilen will und wenn du vorbei rennst, dann schießt er dich an und dann guckt er dich böse an, weil er halt nicht getroffen, weißt du? Hier, ich brauch eine Wand. Ich hab nix mehr. One more, guys, come on. Okay, immerhin hat er vorher meine Frostmatte geheilt. Das zählt auch. Die hat es auch bitter nötig, ey. Die können jetzt hier unten ganz leicht rein, die eine Wand ist wie ein Fog. Lass das mal den Dock machen. Weil hier irgendwer seine scheiß Arbeit nicht. Wir halten noch ne Wand. Die haben ne Twitch! Ja, das Mira-Fenster ist offen. Das ist auch das geilste Mira-Fenster, weißt du? Weil daneben nämlich die komplette Wand offen ist mittlerweile. Hey, Steff. I wanna... Warte, vergiss das. Oh, come on. Hier ist Johnny! Ich finde hier fehlt diese Zuschauer-Funktion, die bei Steam. Damit du uns sehen kannst, wie wir... Ja. Wie wir von Bike-Camps abgeworfen werden. Da kann ich wenigstens mitreden. Au! Wenn jetzt hier ein Schild kommt, bin ich voll am Arsch. Wir machen halt echt hier auf, ne? Was? Ah! Blitz tot! Na, das ist mal auf Stein. ... 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 Fast tot. Also halb gut. Was ist denn das für neben jeder? Schön. Wir sind total bekloppt ey. Das ist ja verstörend. Die hat die komplette Wand aufgemacht. Die setzten Vira-Fenster und macht die komplette Wand daneben auf. Im Büro? Nein! Warte mal. Hat die gerade in das Fenster reingeschossen? Ich weiß es nicht. Ja, hat sie. Sie hat in das geschlossene Fenster geschlossen. Wie ich halt drei Leute da geholt habe. Der, ähm, der Montaigne kommt jetzt zu Objective hinten. Durch den Garagenraum. Mira ist tot. Oh Wunder. Okay, Montaigne, Garagenraum. Der ist drin. Ja, der ist jetzt einsam und alleine der Actors. Hä? Ahah. 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 Damit du dir den König holen kannst. Ahah. 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 Willkommen im... To... Der ist so toxic, der Junge, Alter. Der ist so toxic. Weißt du, der Erste ist er auch noch. Ich schwör dir, wenn ich das verloren hätte. Ohne Scheiß. Er hat deswegen ja... Teria hat ganz am Anfang deswegen fast mal ein Bann auf meinem Channel deswegen kattiert. Weil er jedes Mal, wenn David über ihn fast war mit den Kills, hat er David getötet. Damit David ja nicht MVP wird. Und das hat er drei oder vier Mal gemacht. Da hab ich gesagt, na das noch einmal nach wird er hier gebannt. Und zwar sieben Tage erst mal. Ich hab's nochmal gemacht, er hat's nicht mitbekommen. Nee, weil David mir das ja auch dann nicht traut zu sagen. Weil er ja die ganze Zeit meint, nein, du kannst den doch nicht bannen. Der ist doch Mod bei dir. Ich so, David! Ja, nicht. Achso.